körperlich die exakt gleiche Bewegung. Wie Suchbegriffe eingeben, Cat-Videos, Shark-Attacks, keine Ahnung. Ist alles ähnlich, aber ich kriege es auch nicht rüber. Weil ich mir auch manchmal denke, bin ich ehrlich, wenn ich jetzt antworte, ich möchte gar kein Gespräch eröffnen, dann merken die Leute, ich bin irgendwie da. Aber ich möchte es nicht. Möchte ich manchmal einfach nicht. Manchmal antworte ich auch so, gerade wenn das halt so auch mit Leuten ist, mit denen man nicht so viel in Kontakt steht. Also wenn man so regelmäßig Austausch hat, sich öfter sieht, ist man ja immer quasi up to date. Dann kommt nicht so viel. Da ist da nicht so ein Druck hinter ihm. Aber wenn das so ist mit so Leuten, mit denen man sich einfach partiell mal auseinandersetzt, dann ist das halt auch gleich immer so sehr viel an Informationen. Und manchmal denke ich, ich brauche ein Regenschirm, ich kann nicht. Ich muss das abschirmen. Das ist zu viel. Und dann möchte ich manchmal einfach kein Gespräch eröffnen und schreibe dann aber extra mal zu Zeiten, wo ich weiß, da kommt nichts.